Herzlich willkommen bei EchtgeldTV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei EchtgeldTV, zweite Ausgabe zum Thema Energie. Ihr habt vier Aktien ausgewählt, die wir heute bei Feedback besprechen wollen. Es ist dann mehr die Richtung Versorgeraktien, wie Christian mir gerade nochmal zugerufen hat. Und was er euch auch noch zurufen wollte, ist der Disclaimer. Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt es diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv. Ja, wir hatten es in der letzten Sendung schon zu den ETFs MSCI Energy. Da ist nicht alles Mögliche an Energie drin, sondern das ist ein Index, der im Wesentlichen die Produzenten fossiler Energieträger, also Öl, Gas und Kohle vereinigt, nicht jedoch diejenigen, die aus diesen Rohstoffen dann tatsächlich Energie erzeugen. Das sind in der Systematik der Global Industry Classification Standards, also der Sektorklassifizierung, das sind nämlich dann Versorger. Wir haben heute einen einzigen klassischen Energiewert und drei Energieerzeuger, teilweise auch noch die Netzbetriebe mit dabei haben. Und wir fangen aber an tatsächlich mit dem einen Energiewert. Tobias, es ist die Nummer zwei. Mit der Nummer eins in der Energiebranche, dem größten Öl-Multi der Welt, haben wir uns ja schon vor zwei Wochen in der Sendung zum FUZI All World zu den Giganten der Börsen beschäftigt. Die Nummer zwei auch aus den USA. Ja, Chevron, Exxon hat 500 Milliarden Dollar Market Cap. Chevron folgt mit gehörigem Abstand dahinter 300 Milliarden Market Cap. Und du weißt ja, ich bin Exxon-Aktionär. Gibt es Gründe, warum du mir ans Herz legen würdest, zusätzlich zu meiner Exxon-Position auch noch in Chevron zu investieren? Nein. Gut, haben wir das abgehakt. Boah, wir sind heute echt schnell, oder? Ja, also wir können natürlich noch ein bisschen über das Unternehmen reden, aber es ist einfach so. Aber komm, wo wir dabei sind, du hast ja wahrscheinlich irgendwas nachgeguckt und so. Ein bisschen was geht immer. Ein bisschen was geht immer. Genau. Also eine Exxon, das ist ja dann, wenn man dann in die Unterlagen der Sendung von vor zwei oder drei Wochen nochmal reinguckt, dann ist es eben so, dass es ein großes Unternehmen ist. Und da gibt es natürlich keine Bewertungsdifferenzen und so weiter. Aber was man bei Chevron eben vor allen Dingen berücksichtigen muss, neben diesen ganzen Rahmendaten, wie viele Millionen Barrel-Öl sie pro Tag in der Lage sind zu raffinieren oder wie die nachgewiesenen Reserven eigentlich so aussehen. Das ist alles schön, sind tolle Werte, unglaublich groß, unter denen ich mir persönlich so gut wie gar nichts vorstellen kann. Aber was hier eben schon ein Thema ist bei der Unternehmung, ist, dass sie in eine Auseinandersetzung lustigerweise auch mit der Exxon genau reinlaufen, weil sie vor kurzem eine Übernahme Genehmigung bekommen haben von den Shareholdern einer Firma namens Hess. Und die Shareholder dort haben sich damit einverstanden erklärt, jetzt mit Chevron zu mergen, also sich übernehmen zu lassen für 53 Milliarden US-Dollar. Und das Problem dabei ist, dass da eben noch so ein klitzekleines Ölvorkommen mit dabei ist, wo Exxon der Meinung ist, Ansprüche zu haben. Und die deswegen dann auch die Internationale Handelskammer in Paris eingeschaltet haben, um da mal zu klären, wie das eigentlich mit diesem Guyana-Ölvorkommen aussieht. Und das ist etwas, wo ich, wenn ich die Situation habe, bin ich da lieber ein Aktionär von Exxon oder ein Aktionär von Chevron, sage, da bin ich nicht so gerne auf der Seite des Unternehmens, was sich dann in einer Auseinandersetzung nochmal befindet, in einer Übernahmeauseinandersetzung, die ja dann auch mit gehörigen Geldern versehen ist, 53 Milliarden, ist in dieser Industrie ein mörderischer Betrag, wo dann eben auch eine ganze Menge an Leuten rumwuseln müssen, wo das Geld in irgendeiner Form ja auch, wo Refinanzierungsgespräche stattfinden müssen. Und die laufen ja auch nicht alle umsonst. Also das ist etwas, was mir persönlich da einigermaßen kräftig die Laune verdirbt, auch wenn es hier ein Unternehmen gibt, was unter KGV-Gesichtspunkten, auch unter den Gewinnaussichten bis 2026 ganz vernünftig aussieht. Aber also die kurze Antwort auf deine Eingangsfrage bleibt die gleiche. Würde ich dir ans Herz legen, da zu investieren? Es bleibt bei einem Nein aus meiner Sicht. Naja, wenn ich es ja auch der Meinung wäre, ich müsste zusätzlich zu einer Exxon auch eine Chevron haben, dann hätte ich sie ja inzwischen auch gekauft. Aber ich sehe da überhaupt nicht den Mehrwert. Ja, ich glaube, dass es einem diversifizierten Portfolio, das jetzt nicht allzu sensibel für ESG-Themen ist, durchaus gut zu Gesicht steht, in den USA in Ölwerte zu investieren. Aber wenn man den Marktführer haben kann mit ExxonMobil, warum sollte man die Nummer 2 nehmen? Argument wäre, weil sie vielleicht deutlich günstiger ist oder weil sie schneller wächst. Beides haben wir nicht. Wir haben dieses Thema mit der HES Acquisition, die ja wirklich auch für Chevron ein wichtiger Meilenstein wäre, wo einfach Exxon denen jetzt mal in die Suppe spuckt. Und wir wollen das Ganze ja auch aus der Perspektive von Exxon nochmal bedenken, denn die haben ja auch eine solche Mega-Akquisition getätigt. Sie haben Pioneer Natural Resources gekauft und die Übernahme, die ist auch schon komplett durch und erledigt. Das ging schneller. Und sie sind damit jetzt im permischen Becken im Westen Texas, also im größten Ölfeld der USA, ganz klar die Nummer 1. Da reden wir über das große Thema Schieferöl-Fracking. Da kann ExxonMobil jetzt bis zu 1,3 Billionen Barrels pro Tag rausziehen. Das ist mehr als so ein kleines OPEC-Land insgesamt rauszieht. Insofern, sie sitzen im Driving Seat. Und wenn ich diese Strategie möchte, im Depot Öl aus der Erde ziehen, möglichst effizient, dann reicht es, wenn ich das mit einem Unternehmen in den USA tue. Das ist bei mir Exxon. Der einzige Grund, der dafür sprechen würde, auch noch Chevron mit dazu zu nehmen, wäre, dass man ein bisschen das spezifische Management-Risiko verteilt. Aber bislang hat man wirklich den Eindruck, dass ExxonMobil recht ordentlich gemanagt ist. Auch von der Governance her mit einer Ausnahme Aktionäre, die kritische Fragen stellen. Und auch wenn es zum Thema ESG ist, nicht anzuhören, sondern versuchen, diese Aktionäre zu verklagen, so wie ExxonMobil das versucht hat. Das ist ganz schlechter Stil. Und das ist ja auch zu Recht auf den Widerstand großer institutioneller Investoren, wie beispielsweise des norwegischen Staatsfonds gestoßen. Ansonsten bleibt natürlich schon hervorzuheben, dass es weiterhin eben um das Thema Öl auch gehen wird. Wir haben es bei der anderen Energiesendung schon angesprochen. Wir haben es bei Exxon auch schon angesprochen. Und dass Chevron eben auch ein guter Player ist, gemeinsam mit der Exxon, kann man eben auch an dem Langfrist-Chart seit 1990 sehen, wo die Chevron bezogen auf dieses Startdatum jetzt leicht vorne liegt. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass je nachdem, wie man dieses Startdatum wählt, dass da auch mal ein anderes Ergebnis bei rauskommt. Hier ist es jetzt eben so, wenn man die Dividenden komplett anrechtet, dass es da einen kleinen Vorsprung gibt in einem wie üblich dann logarithmischen Chart. Und vor dem Hintergrund ist es eben so, dass man hier bei der Exxon aus unserer beider Sicht vielleicht den besseren Wert hat. Von der Outperformance, die man zwischenzeitlich erreicht hat, hat sich eine ganze Menge wieder abgebaut. Und wenn ihr andere Argumente habt für die Chevron, ist das immer ein guter Punkt, das auch noch mal in dem Kommentarbereich runterzuschreiben. Eine Argumentation könnte sein, dass natürlich auch eine doppelte Position mit halber Gewichtung dann ein Ansatz ist. Aber hier war es, also für mich persönlich eben so, dass ich mich da nicht zu einem Investment hinreißen lassen würde, weil die Exxon ja im Zweifelsfall schon da ist. Genau, und wenn man meint, also ein Ölwert reicht nicht, sehe ich auch so, dann würde ich da lieber schon etwas nehmen, was ein bisschen komplementärer ist. Ich habe es beim letzten Mal schon erwähnt, bei mir im Depot, unter anderem die Philips 66, die ja fokussiert ist auf einerseits Raffinerietätigkeit und andererseits Vertrieb, also auch Tankstellennetze, und dann mein Schwerpunkt hier in Europa im Bereich Öl und Gas, die Equinor, weil sie eben das, was man in Europa bei fossilen Brennstoffen erwartet, nämlich Dekarbonisierungsprojekte, am entschlossensten vorantreibt und das sich auch am entschlossensten und nachhaltigsten leisten kann, eben weil man mit dem Staat Norwegen einen sehr geduldigen, langfristig denkenden Aktionär hat und nicht so wie eine Shell oder eine BP getrieben wird von den Launen des Kapitalmarktes. Und das spiegelt sich ja bisweilen dann auch in deren Investitionspolitik, gerade mit Blick auf grüne Projekte wieder. Da ist Equinor deutlich souveräner aufgestellt. Unsere zweite Aktie, die ihr euch gewünscht habt, ist die Iberdrola. Hier haben wir ein Unternehmen mal wieder mit in einer Sendung, was war schon mal bei einer Sendung, wo wir mal so ein Portfolio aus den unterschiedlichen Branchen zusammengestellt haben und wir bei der Energieposition dann in unserer Meinung vereint waren, dass Iberdrola dieses Thema hier so... Jetzt muss ich dich schon wieder korrigieren, lieber Tobias. Wir waren nicht bei der Energieposition dieser Meinung, sondern bei der Versorgerposition, denn Iberdrola ist Utilities. Energie, das sind die fossilen Brennstoffe. Das ist das Rohstoffnahe Geschäft. Das ist das, wo es aus der Erde geholt wird, veredelt wird und irgendwie vertrieben wird. Aber die Energieerzeugung, die finden wir im Sektor Versorger Utilities. Und Iberdrola ist der drittgrößte Versorger der Welt, gemessen am Börsenwert. 40 Länder, 56 Gigawatt-Portfolio, Wasser, Wind, Erdgas, Kernkraftanlagen, alles mit dabei. Aber vor allen Dingen, vor allen Dingen eben stark im Windbereich. 40 Prozent sind, es besteht aus Windenergie und damit ist Iberdrola der weltweit größte Eigentümer von Windparks. Und ja, das ist eben schon mal eine Sache, die hervorzuheben ist. Das finde ich übrigens interessant hier. Wir haben ja noch ein paar Unternehmen und irgendwie sind alle immer so die Größten, wenn man deren Beschreibungen durchliest. Und ich frage mich dann immer, naja, wie wird das? Manchmal ist der Markt auch sehr klein. Manchmal ist der Markt auch sehr klein. Dann ist immer die Frage, geht es dann um Erzeugungskapazität? Geht es um tatsächliche Erzeugung? Geht es darum, was man an Geld investiert und vielleicht auch verbraten hat? Man investiert, man hat es einmal ausgegeben. Oder es geht eben dann auch um den Zuschnitt. Und da haben wir, was den Zuschnitt der Windprojekte angeht, bei Iberdrola eine sehr spannende Situation. Es wird ja häufig bei Wind in diesen Maßstäben vorausgesetzt, dass es Offshore ist, also irgendwo diese extrem aufwendigen Anlagen auf mehr oder weniger hoher See. Aber bei Iberdrola ist der Schwerpunkt tatsächlich Onshore-Wind. Also an Land, das ist gut die Hälfte des regenerativen Portfolios von Iberdrola. Wobei sie jetzt ja lustigerweise auch einen größeren Windparkplan im vierten Quartal in Betrieb zu nehmen, den Baltic Eagle. Und der ist dann mal direkt Offshore. Überhaupt, also bei diesem Thema Inbetriebnahmen und so weiter, die hauen richtig Kohle raus. Im letzten Jahr waren es 11,4 Milliarden Euro. Dieses Jahr sind es 12 Milliarden Euro, die insgesamt investiert werden sollen. Also das ist schon mal ganz ordentlich. Und wenn man so viel Geld in die Hand nimmt, dann guckt man natürlich auch, an welchen Stellen hat man eventuell Hinderungen und Behinderungen von staatlicher Seite mal an der Seite. Das ist für Iberdrola auch insbesondere deswegen wichtig, weil 50 Prozent der gesamten Erzeugungskapazitäten eben trotz allem und trotz der ganzen internationalen Aufstellung in Spanien stattfinden. Und Anfang des Jahres war es mal so, dass der Chef sich ein bisschen an Spanien abgearbeitet hat und die festhalten, 40 verschiedenen Abgaben und Steuern, die Iberdrola in Spanien zu leisten hat, kritisiert hat. Und was besonders verärgert hat, war die Verlängerung einer Sondersteuer auf Übergewinne, was vor allen Dingen vor dem Hintergrund ärgerlich ist, dass eigentlich gar nicht mehr so viele Übergewinne da sind, weil die Strompreise inzwischen ganz ordentlich wieder zurückgekommen sind. Und das hat den Chef da eben schon ziemlich erzürnt. Da ist Spanien, da wollte Spanien nochmal nachbessern, aber es war jetzt in der medialen Aufarbeitung zumindest nicht zu sehen, dass das schon passiert wäre. Oder, Christian, habe ich das auch übersehen? Nein, 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 das nicht. Aber wir hoffen mal, dass das geklärt ist. Du hast ja eingangs gesagt, ja, hier in Iberdrola 60 Länder. Das hört sich dann schon sehr, sehr breit diversifiziert an. So ist es dann ja tatsächlich nicht. Ja, sie sind in 60 Ländern aktiv, aber in manchen Ländern ist das wirklich dann ein Projekt, was irgendwie in Planung ist. Und da hat man dann ein Büro mit drei Leuten. Das wird sicherlich mehr. Was ist schon festzuhalten, was Iberdrola besonders macht? Das ist in diesem Maßstab der einzige Versorger, der auf beiden Seiten des Atlantiks sehr signifikante Vermögenswerte hat und signifikante Umsätze macht. Hier in Europa 37 Prozent der Umsätze insgesamt aus Spanien, 22 Prozent aus Großbritannien. Und dann auf der anderen Seite 18 Prozent des Umsatzes in Brasilien und 15 Prozent in den USA, 6 Prozent in Mexiko. Und ja, das, was dann noch bleibt, verteilt sich auf die restlichen 54 Länder, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben. Aber das ist schon für einen Versorger eine sehr, sehr ordentliche geografische Diversifikation, die ja auch durchaus ein Vorteil sein kann mit Blick auf das Thema, was du angesprochen hast mit der Übergewinnsteuer, nämlich Regulierung, Energieerzeugung und dann auch Energienetze, die ebenfalls mit drin stecken. Das ist ein politisch hochsensibles Geschäft. Das ist kritische Infrastruktur. Die Politik hat ein hohes Interesse an Versorgungssicherheit, an modernen Netzen. Gleichzeitig darf das Ganze aber auch nicht zu teuer sein für die Endkunden. Das muss sozial verträglich sein. Man will aber, dass immer die Netze auf dem neuesten Stand sind. Und gerade mit Blick auf die Energiewende, auf den Bedarf durch Elektroautos, durch Datacenters, ist international mit den Energienetzen eine ganze Menge noch zu tun. Da sind immense Investitionen erforderlich. Das ist dieses Spannungsfeld, in dem sich Iberdrola bewegt. Und wenn die Regulierung in einem Land dann eben nachteilig ist, hat man immer noch die Möglichkeit, das im Konzern auszugleichen, vielleicht durch eine positive Regulierung und entsprechend höhere Gewinne in einer anderen Jurisdiktion. Wir haben also hier schon eine gewisse Verteilung, die man ansonsten erst hat, wenn man Versorger aus verschiedenen Ländern nimmt, einzelne Unternehmen. Deswegen ist Iberdrola auch für mich so ein Unternehmen, wo ich sage, okay, in erster Instanz, wenn ich Versorger, wenn ich dieses extrem regulatorisch anfällige, kapitalintensive, aber durch stabile Erträge gekennzeichnete Geschäftsmodell tatsächlich haben will, dann ist eine Iberdrola hochinteressant. Ja, und was man ansonsten noch mit dazu sagen kann, ist, dass das Unternehmen eben im Moment mit einem etwa 13er KGV bewertet ist, dass man eine Dividendenrendite von satt über 4 Prozent hat. Die Dividende wird für die nächsten Jahre auch als stabil erwartet. Also von daher droht da zumindest von der Erwartungshaltung nicht so viel Ungemach. Und vor dem Hintergrund stellt sich eigentlich eher die Frage, in Umkehrung dessen, was bei Chevron aufgeworfen wurde, gibt es aus deiner Sicht, weil es aus meiner Sicht den eben nicht so richtig gibt, gibt es aus deiner Sicht einen oder mehrere Gründe in die Iberdrola, wenn man sich in den Utilities, in dem Versorgerbereich positionieren will, gibt es da Gründe, das bei Iberdrola nicht zu tun? Naja, wenn ich triftige Gründe sehen würde, hätte ich die Position ja nicht mehr im Depot. Insofern der Umstand, dass ich sie habe, spricht dafür, dass ich diese Gründe nicht sehe. Man muss sich halt nochmal dieses Spannungsfeld beim Geschäftsmodell Versorger klar machen, was ich gerade gesagt habe, sehr regulierungsintensiv, sehr kapitalintensiv. Dagegen hat man halt spannende Ertragsperspektiven stehen, aber die werden halt nicht aus Eigenkapital finanziert, sondern Versorger sind traditionell Unternehmen mit recht hohen Schulden. Bei einer Iberdrola sind es 45 Milliarden Euro netto. Das ist etwas, was natürlich den einen oder anderen jetzt erstmal frappiert, aber man muss es immer ins Verhältnis setzen. Man kann es ins Verhältnis setzen zur Market Cap insgesamt. Da sind wir schon mal bei 117 Milliarden Euro. Also das Relativierte ist wieder. Noch wichtiger ist, wenn wir auf Schuldentragfähigkeit kommen, der Vergleich zum EBITDA und da haben wir etwa das Dreifache des aktuellen EBITDA, also der operativen Erträge ohne Abschreibung, Zuschreibung, Finanzergebnis hier als Netto schulden. Und das ist angesichts der Stabilität von Versorgererträgen durchaus noch zu rechtfertigen, auch weil die Struktur der Verbindlichkeiten recht ordentlich aussieht. Also von diesen 45 Milliarden, da muss man 2025 5,8 Milliarden tilgen und refinanzieren. Ansonsten bis 2028 jedes Jahr maximal 4 Milliarden. Das heißt also, der ganz große Block ist ab 2029 dann auch über zwei Jahrzehnte finanziert. Die haben das geschickt gemacht, sich die niedrigen Zinsen relativ langfristig zu sichern. Nichtsdestotrotz haben sie eine durchschnittliche Zinsbelastung von 5,1 Prozent. Das ist eine Hausnummer, die sich logischerweise auch dadurch erklärt, wie Iberdrola international aufgestellt ist. Wer eben nicht nur Geschäfte in der Eurozone macht, sondern auch in Großbritannien ist, in den USA und in Brasilien, der hat eben auch Kredite in Pfund, Kredite in US-Dollar und Kredite in brasilianischen Real. Da insbesondere im US-Dollar sind die Zinsen deutlich höher. Das wirkt auf den Durchschnitt, aber das Risiko ist ganz einfach, dass Zinsen entgegen der landläufigen Erwartungen nicht unbedingt sinken müssen, sondern auch auf einem Plateau bleiben oder sogar steigen könnten. Wenn das passiert, verteuern sich die Finanzierungskosten, während die Erträge höchstwahrscheinlich nicht im selben Umfang mitwachsen, also die Gewinnspannen zusammenschmelzen. Und das hat dann entsprechende Auswirkungen auch auf den Unternehmenswert. Gehen wir weiter und gehen wir von im Wesentlichen Spanien wieder rüber in die USA und da zunächst mal an den Heimatmarkt von NextEra Energy nach Florida. Da ist man als Versorger tätig, hat dort sechs Millionen Kunden, versorgt bei diesen sechs Millionen Kunden ungefähr zwölf Millionen Menschen mit Strom und ist das sogenannte größte tarifregulierte Versorgungsunternehmen in Florida. Ja, das ist schon ein relevantes Thema, auch in den USA, denn die Versorger, die beim Endkunden aktiv sind, sind relativ kleinteilig. Da sind die USA ein ziemlicher Flickenteppich und diese zwölf Millionen Menschen, die NextEra Energy in Florida versorgt, das ist schon eine beachtliche, kritische Größe für diesen sehr, sehr stark regulierten Markt. Eine kritische Größe, übrigens auch mit Blick auf die Art und Weise, wo denn die Energie herkommt, denn in den Versorgeraktivitäten ist die wichtigste Säule historisch tatsächlich der Bestand an eigenen Atomreaktoren. Sieben davon haben sie. Ja, also was mich da sofort abgeschreckt hat, ist neben einer höheren Bewertung als die anderen Titel, die wir hier besprochen haben, dieses Thema Florida und dann eben Versorger in Florida, wo ich mir dann immer wieder vergegenwärtige, wie oft Florida dann eben von Stürmen betroffen ist, die dann eben einfach mal da Dinge platt wälzen, die viele Sachen einfach rausreißen, wo dann die Versorgung in der Tat eben gar nicht mehr so einfach möglich ist. Also das ist etwas, was mich persönlich im ersten Moment abgeschreckt hat. Aber Christian, es ist ja so, dass die nicht nur ein Versorgungsunternehmen sind, sondern die machen darüber hinaus eben noch eine ganze Menge mehr. Ja, vor allem investieren sie Geld und das schon seit geraumer Zeit. Sie bezeichnen sich selber als größter erneuerbarer Energieninvestor der USA. Es gibt auch Quellen, die behaupten, dasselbe von Berkshire Energy, also der Energietochter von Warren Buffett's Berkshire Hathaway. Und wir hatten es eben schon, es ist immer die Frage, woran man das denn misst. Auf jeden Fall, NextEra Energy hat in den letzten, man kann schon sagen, Jahrzehnten sehr viel Geld in erneuerbare Energien vor allem in Onshore-Windanlagen gesteckt und tut das nach wie vor. Immense Investitionen sollen auch weiterhin getätigt werden in neue Anlagen, wobei man diese Anlagen teilweise dann nicht selber hält, sondern ein bisschen ausgliedert in eine sogenannte Yield Co., also eine Gesellschaft, die nichts anderes als Geschäftszweck hat, als diese erneuerbare Energienanlagen zu betreiben, den Strom zu verkaufen und davon fette Yields, also Dividenden auszuschütten. Das heißt bei NextEra dann NextEra Energy Partners, ist eine Struktur, die eigentlich für viele Einkommensinvestoren extrem verlockend ist, für uns als deutsche Anleger aber nicht in Frage kommt, weil es eine LP, eine Limited Partnership ist und diese Struktur ist für uns gar nicht zugänglich aus steuerlichen Gründen und das ist auch ganz gut so. An dieser Limited Partnership ist NextEra immer noch mit 55% beteiligt. Der Rest liegt bei Investoren, ist auch börsennotiert und ja, von Projekten, die man dahin ausgelagert hat, kriegt man dann wieder Dividende, die ein wichtiger Pfeiler des Gesamtertrags sind bei der Mutter NextEra Energy. Dumm nur, dass diese Dividenden inzwischen etwas geringer steigen, als man das in der Vergangenheit gesehen hat. Die Energy Partners hatten in den letzten Jahren immer das Ziel, die Dividende pro Jahr um 15% zu steigern, aber dann hat man, ja ist es super, aber man hat halt dann festgestellt, also immense Investitionen, steigende Zinsen plus fette Dividenden, naja, das ist irgendwie so ein Dreieck, da kriegst du nicht alles unter einen Hut. Folglich haben die Energy Partners beschlossen, die Dividende sollen nur noch um 6 bis 8% pro Jahr steigen, was auch immer noch richtig ordentlich ist, aber wenn du vorher mit 12% plus gerechnet, 15% plus gerechnet hast, dann heißt das, dass nach hinten heraus die Gewinne, auch bei NextEra Energy, nicht mehr so hoch ausfallen werden, wie man das noch vor einem anderthalb Jahren kalkuliert hat. Ja, das Spannende dabei ist, dass man daraufhin dann eben auch Gewinnprognosen angepasst hat und bis 2026 zunächst mal gesagt hat, dass der alte Korridor noch erhalten bleiben soll, aber für 2027 eine Neuerung dahingehend vorgenommen hat, dass man die Schätzung auf 385 bis 432 je Aktie reduziert hat. Reduziert bezieht sich dabei allerdings auf die Analystenschätzung, in die so von 435 ausgegangen war und im Nachgang an diese Nachricht fiel die Aktie dann erstmal auch ein relativ deutliches Stück. Also da kam genau diese Gemengelage zusammen und das kam zusammen im Übrigen auch dann in einer Situation und im Umfeld einer Situation, die wir vielleicht auch nochmal ansprechen sollten, denn wenn wir hier schon bei den Zahlen sind, die ihr in den Unterlagen natürlich auch findet, dann sind wir ja ganz oft so im unteren Bereich auch bei der Market Cap und beim Enterprise Value und in dem Moment, wenn der Enterprise Value deutlich größer ist als die Marktkapitalisierung, heißt das ja, dass wenn ich das Unternehmen kaufen würde, dann muss ich den Enterprise Value bezahlen und in dem Enterprise Value ist dann eben auch noch das drin, was in einer Marktkapitalisierung, also dem Produkt aus umlaufender Aktienanzahl und dem jeweiligen Aktienkurs, wenn es unterschiedliche Gattungen gibt oder auch nur einem Aktienkurs, wenn es eine Gattung gibt, eben noch mit dazu kommt. Und diese Differenz seht ihr hier, das sind in dieser Auflistung, wenn ihr das Video habt, dann eben 85 Milliarden und wenn ihr das Video nicht habt, sondern Podcast hört, dann habt ihr die 85 jetzt zumindest mal gehört. Das sind möglicherweise auch ein bisschen weniger, also das Unternehmen, aus den Unternehmenszahlen geht eher sowas von 80 Milliarden hervor, aber unabhängig davon, wir können auch gerne mit 80 Milliarden rechnen, Christian. Das Ganze steht einem EBTA gegenüber im Bereich von 60, von 16 Milliarden und 80 Milliarden durch 16 Milliarden ist eben ein Fünfer und das ist eben so die gelb-rote Ampel, die da normalerweise angeht. Ja, auch wenn wir hier stabile Versorgererträge haben, es ist einfach ein Brett und diese Schulden müssen auch abgelöst werden. Man ist ja nicht ganz so langfristig finanziert wie eine Iberdrola und die im Dollarbereich stark gestiegenen Zinsen hauen da voll rein. Also nur mal so ein Beispiel, 2021 hat NextEra eine siebenjährige Dollaranleihe begeben mit einem Zinssatz von 1,9%. Aktuell rentieren siebenjährige Bonds von NextEra mit 5,2%. Das heißt, da ist also weit mehr als eine Verdopplung der Zinslast bei einer Refinanzierung einer solchen Anleihe jetzt und das geht auch wieder voll gegen die Marge und ist einfach ein Thema, warum man hier meiner Ansicht nach die Risiken schon stärker gewichten sollte, auch in der Bewertung. Weshalb ich nicht sagen würde, naja, die Aktie ist ein bisschen teurer, sondern ich bin wirklich tolerant da, aber ich halte NextEra Energy für zu teuer, insbesondere auch mit Blick auf diese Beziehungen zu eben geschildert NextEra Energy Partners. Das kann steuerlich ganz interessant immer sein fürs Unternehmen, für die verschiedenen Einheiten. Es ist aber letztendlich undurchsichtig und es ist auch nicht immer gute Governance, die da hineinspielt und insoweit muss ich sagen, nee, selbst wenn NextEra Energy ein Dividendenaristokrat ist, seit 28 Jahren, Jahr für Jahr die Dividende steigert, ist nicht bei mir im Portfolio das Unternehmen und zwar nicht nur wegen dieser strukturellen Themen, sondern auch wegen ganz simpler Zahlen. Also in den letzten drei Jahren haben wir zweimal einen negativen Free Cash Flow gehabt, eben weil so viele Investitionen so hohe in Sachanlagen erfolgen. In Summe war der Free Cash Flow für die letzten drei Jahre null. Dennoch hat man über diese drei Jahre insgesamt 10 Milliarden Dollar an Dividenden rausgeknallt. Insofern, das Einzige, was wirklich konstant, kontinuierlich und dynamisch wächst bei NextEra, ist bislang die Verschuldung. Das kann gut gehen, ist mir aber persönlich ein zu heißer Reifen und auch die Bewertung von dem Unternehmen aktuell, ja immer noch und wenn ich nochmal daran erinnern darf, wo es denn herkommt. Wir waren mal bei 90 Dollar, aktuell sind wir bei 50 Dollar und bei 90 waren die mal mit neunmal Umsatz und 36 mal operativen Ertrag bewertet. Ja, sowas kann man durchaus machen bei einer Softwarefirma, die ganz einfach skalieren kann, aber nicht bei einem so kapitalintensiven, asset-heavy Unternehmen, das darüber hinaus noch regulierungsanfällig ist. Insoweit, nee, es hat bei mir im Portfolio keinen Platz und ich sehe auch nicht wirklich eine Motivation, warum sich das ändern sollte. Ich war der Meinung, als die Aktie letztes Jahr, so im September runterging, so auf 60, das ist eigentlich ein recht faires Niveau, da könnte sie bleiben. Dass wir jetzt schon wieder bei 76 sind, alle Achtung. Ja, also wir haben ja, wie gesagt, ein paar rote Flaggen und von daher ist es eigentlich auch ganz spannend, mal in den Kommentarbereich nach dieser Sendung, ein, zwei Tage auch nach dieser Sendung reinzugucken, was da an Pro-Argumenten von NextEra von euch kommt, die wir aus eurer Sicht wiederum übersehen. Wir haben eine sehr hohe Bewertung, wir haben das Thema im Versorgungsgeschäft mit Florida, wo wirklich unter Umweltkatastrophengesichtspunkten eine ganze Menge passiert. Wir haben eine hohe Verschuldung, wir haben das Schulden-Abitda-Thema. Also was sind die Gründe für die Aktie, die wir aus eurer Sicht nicht sehen? Du reitest immer so auf Florida rum, wobei ich also sagen muss, ich habe in Florida noch nie eine Power Outage gehabt, das scheint ganz zuverlässig da zu funktionieren und trotz dieser Meteorologie... Aber habe ich Nachtdruckheit in Erinnerung? Wenn da irgendwelche Hurricanes fliegen, die fliegen doch da immer, immer noch? Ja, aber man kann es wahrscheinlich relativ schnell reparieren und man macht dort dennoch sehr, sehr gutes Geschäft. Denn dieses klassische Versorgergeschäft, dieses Brot- und Buttergeschäft, das repräsentiert trotz der gigantischen Investitionen in Windanlagen überall in den USA nach wie vor für die Hälfte des Gesamtertrags von NextEra Energy. Ja, also wie gesagt, ich habe das, wie gesagt, das war ja auch nur, also ich ging einfach ran an das Unternehmen, habe Florida gesehen und bei mir geht es da einfach, also ich bin ja gern in der Ecke unterwegs, so ganz grundsätzlich und fand Florida auch... Wirklich, du sagst doch immer Reconsider USA. Ja, aber wollen wir darauf jetzt eingehen? Wollen wir darauf jetzt eingehen? Ach Gott, nee, ach Gott, nee. Das können wir gerne noch mal machen, aber vielleicht nicht heute bei der Sendung. Und abgesehen davon willst du gerade nur stinkern. Nein, ich finde den Hashtag Reconsider USA super. Das Problem ist, es benutzt ihn noch keiner außer dir. Das ist mir ja egal. Aber das ändert sich vielleicht. Das ist mir, also grundsätzlich ist mir das ja egal. Mir ist erst mal wichtig, dass ich für mich irgendeine Form was habe, wo ich die Dinger dann auch wieder finde, was da für Sachen waren. Und die sind eben da. Und da gibt es in den USA im Moment auch einige Sachen, die mich eben immer wieder irritieren. Ja, mich auch teilweise schockieren. Nur solche Sachen gibt es in Europa eben auch. Natürlich. Die mich irritieren und schockieren. Ist das immer relativ? Nein, aber wir sind gespannt. Zu den Kommentaren. Also die wollen wir haben. Also NextEra wäre wirklich immer interessant, wenn die Anhänger von euch einfach mal vielleicht ein bisschen was runterschreiben können, was sie an dem Unternehmen toll finden und was wir aus eurer Sicht da übersehen. Also würde ich mich wirklich drüber freuen, weil ihr habt es euch relativ kräftig gewünscht, das Unternehmen. Und ja, kam jetzt hier gerade nicht so supi bei weg. Ich glaube, also bei mir, bei mir wesentlich besser in der Vorbereitung angekommen. Und von daher bin ich da sehr dankbar, dass ihr euch das gewünscht habt. Kam die, kam die Verbund. Ein österreichisches Unternehmen, was... Wenn es ein amerikanisches Unternehmen gewesen wäre, wäre es bei dir gar nicht so gut angekommen. Was auch daran liegt, Verbund hat wunderschöne Bilder. Ja. Ja, also ohne Witz, das ist... Also daran sieht man sogar du. Mr. I look into the numbers. Mr. Die Bewertung ist zu hoch. Bist empfänglich für Narrative in fotografischer Form. Ja, ja. Also das ist hier in der Tat eine Sache, wo man auf den ersten Blick dann eben auch den Eindruck hat, dass das Unternehmen günstig bewertet ist, wo man dann eben dummerweise auch noch zur Kenntnis nehmen muss, dass diese günstig erscheinende Bewertung eben auf einer zurückliegenden Zeit beruht, nämlich auf dem Jahr 2023. Und da ist das Unternehmen aus der Ist-Betrachtung wirklich schön bewertet. Der Aktienkurs ist ein bisschen zurückgekommen. In der Historie war es eben ein KGV von 2013. Aber nun geht der Gewinn in den nächsten Jahren zurück, denn das Unternehmen hat sehr, sehr massiv von den von den hohen Energiepreisen profitiert. Und das muss man ja, das muss man ja und darf man auch an der Stelle mal erwähnen, sie haben es auch relativ clever gemacht, denn sie haben auch wirklich den Strom zu bestimmten Preisen einfach mal verkauft. Das hat bis 2023 gewirkt. Sie haben den 23er Strom in 2021 und 2022 verkauft. Ja, also als die Märkte freigedreht haben. Total geil. Ja, das muss man sagen, spricht für das Management, kann man immer sagen, naja, ist irgendwie ein Glückstreffer. Ja, aber du musst ja erst mal landen. Diesen Wind for Profit, dass du in einer solchen Extremsituation auch den Mut hast, deine Produktion auf Termin zu verkaufen, ist ja auch eine ganz bewusste strategische Entscheidung, dass man sich da klar positioniert. Alle Achtung. So, aber zunächst mal also Verbund. Was haben wir da? 1947 durch ein Verstaatlichungsgesetz gegründet und heute der führende Stromerzeuger in unserem und bei unserem Lieblingsnachbarn in Österreich. Was auch zur Folge hat, dass der österreichische Staat mit 51% am Kapital beteiligt ist. Dazu kommen dann auch andere Versorger, die auch mit 30% nochmal beteiligt sind, was nichts anderes heißt, als dass die freien Investoren und der Streubesitz eben bei unter 20% liegen. Also die haben auf Deutsch gesagt, nichts zu sagen. Denn die Mehrheit der Republik Österreich sowie der Wiener Stadtwerke und EVN, die zusammen agieren, reicht sogar für satzungsändernde Bestimmungen und Kapitalbeschlüsse. Ja, also das stimmt. Mit 20% hat man da nicht so viel zu melden und das ist ja dummerweise etwas, was sich in Deutschland auch so anfängt durchzusetzen, weil hier ist es mittlerweile auch so, dass man Hauptversammlungen mitunter nichts zu melden hat, auch wenn man so im Bereich von 20% der Stimmrechte verfügt, dann kann es auch mitunter so werden, dass man eben trotzdem nichts zu melden hat und keinerlei Einflussnahmemöglichkeit hat, obwohl man an der Gesellschaft beteiligt ist. Hier ist es auf jeden Fall so, kommen wir zurück nach Österreich, kommen wir zurück zur Verbund, dass das Unternehmen gut geführt wird und was sie eben in der Tat auch mal, Christian, hat auf die Bilder schon hingewiesen. Also das ist so ein bisschen so, dass man, wenn man auf die Website geht, man eben auch in anderer Form, als man es bei der Encabes früher getan hat oder wahrscheinlich immer noch tut, weil das Faktenbuch von Encabes ist immer noch etwas Lesenswertes. Hier bekommt man sehr, sehr viele Bilder einfach auch mal präsentiert, was man da für, wie man Strom produziert und es wird beispielsweise dann darauf eingegangen, wie eigentlich so eine Lauf, so eine sogenannte Laufkraftwerke, also die einfach über einen Fluss quasi gelegt werden, aussehen. Also die den Höhenunterschied eines Flusses ausnutzen. Ja, und die Fließgeschwindigkeit ansonsten eben auch einfach. Also das hast du ja damit bei. Dann hast du Pumpspeicherkraftwerke, was dann schon faszinierend ist. Sozusagen die größte Batterie der Welt. Ja, also das ist total geil, weil die haben eben in Österreich eben auch genug Möglichkeiten, da Stauseen dann immer wieder im Grunde genommen abzupumpen und dass das Wasser dann, wenn sie irgendwelche Energieüberschüsse haben, auch wieder nach oben zu pumpen wird auf der Website. Gut erklärt und Verbund gibt dann eben auch an, wo man auch hinfahren kann, damit man sich das alles mal ein bisschen genauer angucken kann. Also das finde ich ganz gut. Speicherkraftwerke. Speicherkraftwerke ist eben das klassische Staudammgeschäft, nach dem Motto, da läuft irgendwo dann von oben Wasser rein und wenn man Energie braucht, macht man den Hahn auf, dann geht das Wasser ab. Und klar, diese Speicherkraftwerke werden normalerweise gespeist durch Gletscherwasser. Und da ist ja nun gerade so ein Ding, dass das in Zukunft offensichtlich knapper wird, denn wer in letzter Zeit mal irgendwie auf einem Berg, beispielsweise der Zugspitze war, der nimmt da schon irgendwie wahr, dass sich wahrscheinlich da etwas in der letzten Zeit geändert hat, weil man sieht sehr, sehr viel Gestein, man sieht sehr, sehr wenig Schnee und wenn kein Schnee da ist, kann der auch nicht schmelzen und wenn kein Schnee schmilzt, werden diese Dinge auch nicht klar. Und wenn dann irgendwie mal was schmilzt, dann sieht es irgendwie so aus wie ein Zermatt kürzlich, wo dann auf einmal die halbe Innenstadt überflutet wird. Also das ist ein bisschen eine gewisse Problematik, aber Christian, dem begegnet Verbund ja auch dadurch, dass sie in anderen, nämlich in den regenerativen Bereichen, anfangen, A, also nicht nur anfangen, die sind da schon ein bisschen weiter als beim Anfang, A zu investieren und B, das nach oben zu fahren. Naja, sie sind da noch ganz am Anfang. Also Wasserkraft ist momentan noch bei 92% im Portfolio, das heißt für Wind und Photovoltaik und alles, was es sonst noch so gibt und wo man investieren will, haben wir momentan 8% und das möchte man bis zum Ende des Jahrzehnts auf 20 bis 25% erhöhen. Das ist ein ordentliches Vorhaben, aber wenn man sich anschaut, wie so die Pipeline aussieht, was man auch an Projekten jetzt schon unter Dach und Fach gebracht hat, dann ist das durchaus realistisch. Und das Schöne ist, man kann sich das sogar leisten, denn anders als viele Versorger ist man finanziell nicht auf Kante genäht, sondern, ach, ich muss es einfach sagen, so weitgehend finanziell frei. Ja, also die Nettoschulden liegen bei 1,13 Milliarden Euro. Bei einem EBITDA, das dieses Jahr so 2,8 bis 3,3 Milliarden betragen soll. Also das heißt etwa ein Drittel des diesjährigen EBITDA als Gesamtschulden. Also da kann man auch schon mal noch investieren. Und sie haben auch einen ganz guten Zugang zu Kapital, haben gerade 500 Millionen Euro sich besorgt über einen sogenannten Green Bond, also eine grüne Anleihe zu 3,25 Prozent für sieben Jahre, die sie allerdings nicht verwenden werden, um jetzt in Wind oder in Photovoltaik oder in Wasserkraft zu investieren, sondern sie haben nämlich noch ein anderes Geschäftsmodell mit dabei. Zu verbund gehört auch APG, Austrian Power Grid. Das sind die österreichischen Stromtrassen, 3.400 Kilometer, die den Strom im Land verteilen zu den regionalen Verteilnetzen dann. Und da muss man wirklich sagen, Du, Felix, Austria, du glückliches Österreich, die haben das tatsächlich hier in einer Gesellschaft konzentriert, die dann auch unter staatlicher Kontrolle, staatlicher Entwicklung ist. Und das hat ja auch alles recht nachhaltig und sehr gut funktioniert. Und das ist eben ein großer Unterschied zu dem Land, in dem man sich die dümmste Energiepolitik der Welt leistet, genannt Deutschland. Denn damals, als die Liberalisierung der Strommärkte in den Nullerjahren das große Thema war, als E.ON, Vattenfall, E.ON, ENBW und RWE ihre Höchstspannungsnetze abgeben mussten, da hat man es versäumt, das alles zu konsolidieren, sondern es sind weiterhin vier Gesellschaften daraus entstanden. Die größte, die die Stromtrassen von der Nordsee bis nach Bayern betreibt, die ist zu 100 Prozent in niederländischem Besitz an den Versorger Tenet gegangen. Der Bund ist gerade dabei gescheitert, das zurückzukaufen. Der baden-württembergische Finanzminister, der Daniel Bayers, der ja auch schon bei uns in der Sendung zu Gast war, hat gesagt, na, es wäre doch eigentlich sinnvoll, das Ganze in einer deutschen Netz-AG zu konsolidieren. Ja, der Vorschlag kommt leider 15 Jahre zu spät. Das hat man damals versäumt. Die Österreicher haben es besser gemacht und dieses Netz ist auf jeden Fall ein Asset auch für Verbund, gleichzeitig aber etwas, wo man auch Geld reinstecken muss, damit das eben zukunftssicher ist, wenn auch künftig mehr Strom aus anderen Energiequellen, namentlich Wind und PV, dort eingespeist werden soll. Naja, und auch die Österreicher haben natürlich dieses Thema in der Tat, dass dann eben der Strom vor allen Dingen auch transportiert werden muss, weil er aus den Gebieten, wo er dann eben produziert wird, eingespeist werden muss, damit auch in Wien die Autos mit Strom beispielsweise betankt werden können. Und da muss eben ein bisschen mehr durch die Leitung durch. Und da ist es vielleicht ganz schön, wenn irgendwie so ein Bundesland im Süden, sagen wir mal hier, Kärnten, nicht querschießen kann, wie ein anderes Bundesland bei uns im Süden genannt, Bayern. Ja, da ist Verbund übrigens auch schon aktiv. 21 Kraftwerke haben sie in Bayern und sind auch dort wirklich in der Stromlieferung voll eingebunden. Also ein bisschen profitieren die Bayern auch von ihrem Nachbarn. Ich finde immer wieder, es ist schon ein tolles Land, dieses Österreich. Also die machen, man hat ganz oft den Eindruck, dass die eine ganze Menge richtig machen. Also man hat ein sofortiges Wohlfühlgefühl. Immer wenn ich da bin, fühle ich mich sofort wohl. Es ist das Thema, was wir jetzt hier haben, mit dem Stromnetz, wo sie was richtig machen. Wenn man da mit der Bahn fährt, dann reibt man sich wirklich verwundert die Augen, mit welcher Qualität da auch Züge unterwegs sind. Wobei mir einer von euch ja kürzlich dann auch noch mitgeteilt hat, bei einer Instagram-Story von mir, dass ich offenbar auch das Glück hatte, mit dem neuesten Zug gerade unterwegs gewesen zu sein. Gut, das ist dann eben auch mal ganz schön. Aber es ist schon irgendwie ein echt tolles Land. Aber jetzt haben wir so viel über Narrative gesprochen, über Geschäftsmodelle. Du warst noch gar nicht bei deinem Lieblingsthema. Bewertung. Erzähl. Du hast mir irgendwann kurzfristig gesagt so, ja, ist doch recht günstig. Und da habe ich gedacht, okay, ist jetzt doch recht günstig. Das interessiert mich jetzt. Da will ich mehr wissen. Ja, der Punkt ist eben, ich gucke ja dann auch ganz gerne so auf die Schätzung. Und die sind jetzt eben gerade so, dass sie für 24 und für 25 dann eben auch eine rücklaufende Tendenz haben. Ein ernsthafter 26er bei dem Thema kann ich noch nicht so richtig nehmen. Aber von daher scheint es eben einfach so zu sein, dass da durchaus auch noch ein bisschen Luft drin ist auf dem Bewertungspfad. Nochmal, auf der Betrachtungsebene des 23er-Gewinns und des aktuellen Kurses ist das alles super. Ja, aber wir können ja nicht auf dem 23er. Genau. Wir haben ja schon gesehen, die Zahlen fürs Q1 liegen ja auf dem Tisch. Und im Q1 24 gab es beim Umsatz ein Minus von 38 Prozent gegenüber dem noch am Terminmarkt abgesicherten Jahr 2023 und beim Free Cash Flow Minus von 41 Prozent. Wir blenden im Video die Zahlen übrigens ein, aber das haben wir dann eben nicht in die Unterlagen mit reingepackt. Aber ihr seht es. Aber das ist auch übrigens schon mal so ein Signal an diejenigen, die sagen, oh Mensch, das ist ja eine tolle Dividendenrendite bei der Verbund. Und Vorsicht, ja, es gab zuletzt 3,40 Euro reguläre Dividende plus 75 Cent Bonus noch drauf, weil es so gut gelaufen ist. Ja, und das sieht dann insgesamt nach 5,5 Prozent Dividendenrendite aus und dann heißt es gleich, JuppeID, aber Freunde, zwei Sachen bitte berücksichtigen. Erstens, die Erträge werden zurückgehen und wenn wir 40 Prozent Minus beim Free Cash Flow haben, dann können wir auch sagen, naja, 40 Prozent Minus bei der Dividende irgendwie so. Also statt 3,40 Euro würde ich mal eher sagen, zwei Euro sind realistisch für dieses Jahr, für den nächsten Dividendentermin. Darüber hinaus in Österreich die Quellensteuer, die man nicht irgendwie mit Vorabbefreiung wegentlasten kann, sondern das muss man sich dann hinterher wiederholen oder man hat halt eine deutlich höhere Steuerbelastung am Ende. Also da nicht einfach so auf die Dividende schielen. Und wenn wir jetzt einfach mal die Guidance des Unternehmens für dieses Jahr nehmen, was das EBITDA angeht, dann haben wir einen relativ breiten Korridor von 2,8 bis 3,3 Milliarden. Wenn wir dagegenstellen, den Unternehmenswert, also Börsenwert plus das bisschen an Schulden, sind wir bei 28 Milliarden, kommen also irgendwie da in einen Bereich von 10 mal EBITDA. Das ist jetzt nicht super teuer, aber eine Iberdrola ist deutlich günstiger. Und ich persönlich bin nach wie vor der Meinung, dass wir bei einer Verbund, auch aufgrund dieses engen Marktes, nur 20 Prozent Streubesitz bei einem Unternehmen, das ja jetzt eben nur 28 Milliarden Euro Börsenwert hat, dass wir aufgrund dieser Situation auch so einen gewissen ESG-Aufschlag sehen. Also wenn du in eine wirklich 100 Prozent saubere Aktie im Kraftwerksbereich investieren willst, dann steht die Verbund eben ganz oben. Es ist ein rechtssicherer Raum mit Österreich und das Geschäftsmodell ist nicht irgendwie infiziert durch irgendetwas, was man jetzt ESG-mäßig gar nicht mag, wie beispielsweise bei einer Iberdrola und bei einer NextEra Energy Atom, was bei manchen Investoren, die nachhaltig anlegen, eben zum Ausschluss führt. Ja, und deswegen ist man leider, also es wäre normalerweise jetzt eigentlich so ein Punkt, wo man mal sagen könnte, das ist ein Unternehmen, was man sich jetzt und was wir in der Sendung eigentlich ganz gerne kaufen würden, aber in der Tat ist es dann eben so, wenn man diese Sachen mit berücksichtigt, dann mag ja der Aufschlag grundsätzlich vom Markt so bewertet sein, aber im Grunde genommen wünscht man sich da eigentlich schon, dass man das Unternehmen in der Tat noch so im Bereich 10, 20 Prozent günstiger bekommt und das wäre so im Bereich einer 65 und ich werde mir jetzt mal nach der Sendung bei Scalable dann den entsprechenden Kursalarm anlegen, dass ich das zumindest mitbekomme und darauf hingewiesen werde, wenn wir auf diesem Niveau angekommen sind, ankommen sollten. Jetzt haben wir vier, in Anführungszeichen, Energiewerte gehabt, einen Ölwert und drei Versorger. Tobias, dein Favorit, rückblickend? Iberdrola. Also ist einfach das, was wir bei der ersten Sendung schon gemacht haben. Für mich zählt ja dann trotzdem irgendwie zur Energie. Ich bleibe ja da ein bisschen leicht bockig dabei, weil es in das Thema eben trotzdem reingeht, aber von der Branchenzuordnung hast du nicht... Pass auf, wenn du rumzicken darfst, darf ich auch rumzicken. Aber du hast natürlich recht, die Branchenzuordnung, die ist ja über jeden Zweifel erhaben, aber greift dann eben in zwei Sachen. Ich würde mich mit einer Iberdrola gut finden. Die zweite wäre die Verbund und ja, NextEra ist ein No-Go für mich und eine Chevron, ja, brauche ich nicht. Ja, ja, also NextEra ist jetzt No-Go, finde ich, sehr drastisch formuliert, aber es ist für mich ein... Es ist für mich ein Don't Need, ja, und das ist für mich eine Chevron einfach auch in der Portfolio einstellen und du hast gerade gesagt, dass diese Sektorklassifizierung immer richtig liegen, das tun sie natürlich nicht. Darüber kann man ganz, ganz viel streiten. Ich glaube, das hatten wir in der Sendung auch damals. Über diese Sektorklassifizierung. Also ja, nicht nur... Telekommunikation, darüber gesprochen haben. An dem Punkt, ja, Telekommunikation ist auch so ein Ding, was an Communication Services, das waren früher die Telekom-Firmen, da war aber dann nichts mehr los bei diesen parzellumpten Firmen, die dramatisch im Börsenwert alle gefallen waren, AT&T und Verizon und Deutsche Telekom, eigentlich die, die noch großartig da drin standen, dann hat man irgendwann gedacht, na, das bringt ja alles nichts mehr. Jetzt packen wir dazu einfach die Medienfirmen und plötzlich war halt dann in Communication Services bei diesen Strunz defensiven zu Infrastrukturanbietern runtergerateten Telekom-Firmen dann eben auch eine Alphabet, eine Meta, eine Netflix, eine Walt Disney dabei und sich geändert. Oder die Frage, was ist Amazon? Ja, Amazon ist zyklischer Konsum, obwohl sie eigentlich wahnsinnig technologielastig sind. Aber warum reite ich trotzdem darauf rum? Weil es wichtig ist, wenn ihr sagt, also irgendwie mit diesen Einzelaktien, nee, also so richtig überzeugt, hat mich da gar nichts. Aber die beiden Themen sind interessant. Einerseits Energierohstoffe und andererseits Versorger, Energieerzeugung. dann ist es eben wichtig, dass ihr bei der Auswahl geeigneter ETFs auf die richtigen Schlüsselwörter achtet. MSCI, Energy, S&P 500, Energy, das sind die Hersteller fossiler Brennstoffe. Das sind diejenigen, die das Zeug aus dem Boden holen, veredeln und dann vermarkten. Und Utilities, Versorger, das sind die Erzeuger. Und da habt ihr auch eine breite Auswahl. Da gibt es beispielsweise dann für die USA, den S&P US, Utilities Select von Spider. Da habt ihr 14% Next Era Energy. Aber das heißt, da bleibt dann noch 86% übrig für andere Versorger. Die Top Ten haben auch nur 60%, das ist also recht breit diversifiziert. Wenn ihr sagt, dagegen stellen, natürlich Europa als Gegengewicht. Vielleicht auch mit der Fantasie, dass der Versorgermarkt sich mal konsolidiert, dass es da doch grenzüberschreitende Deals geben könnte und man größere Einheiten schafft. Dann wäre es der Dow Jones Stocks 600 Utilities, 17% Überdrohler. Berücksichtigt dabei bitte 27% Anteil Großbritannien, wo die Infrastruktur teilweise in einem noch schlechteren Zustand ist als hier bei uns. Oder ihr entscheidet euch eben für die weltweite Variante MSCI World Utilities. Da sind dann 9% NextEra, 5% Southern und 5% Duke drin. Dann erst folgt so mit 4,6% eine Überdrohler. Das ist also dann das ganze Weltpaket, was ihr da auch im Versorgerbereich reinnehmen könnt. Und relevant ist immer die Frage, ob man das braucht oder ob man es nicht schon im Portfolio drin hat. Wer von euch ein MSCI World ETF hat, der hat natürlich auch Versorger und Energiewerte. Energiewerte aktuell mit 4,2% gewichtet, Versorger, also die Energieerzeuger mit 2,4% und wenn ihr sagt, also 2,4% für diese doch recht defensiven Geschäftsmodelle, das ist ein bisschen wenig, gerade im Hinblick darauf, dass ja Datencenter, E-Autos den Strombedarf steigen lassen. Da möchte ich ein bisschen was machen. Dann ist zum Beispiel so ein MSCI World Utilities oder eine Kombination aus den europäischen und den amerikanischen Utility-Sektoren eine gute Möglichkeit, das als Satelliteninvestment ein bisschen hochzufahren. Eine Stunde Energieaktien und ein bisschen extra Exkurs nochmal mit dem gesamten Marktüberblick in dieser Sendung. Das soll es gewesen sein. Empfehlt uns gerne weiter, beurteilt gerne den Podcast auf Spotify oder bei Apple oder wo immer das sonst noch möglich ist und ansonsten bleibt gesund, investiert und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss aus Berlin. Musik 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 Musik